Hallo liebe Marita, guck mal wen wir da für dich haben. Wir machen jetzt gleich ein paar Bilder mit ihr, damit sie auch ihr Album bekommt. Sie ist sehr sehr freundlich, sehr agil, sehr aktiv, eine ganz ganz süße. Das Gesicht kriege ich bis jetzt leider noch nicht so gut drauf. Ja genau.